Jo Leute, was geht ab? Ich hab da ein Problem. Ja, scheiße, komm schon, Alter. Ich muss von dem Fenstermodus. Oh, scheiße, jetzt hab ich falsch gemacht. Was ist denn da los? Randlos. Vollbild. So. Wahnsinn, Alter. Der Start ist die Aufnahme und schon passiert da so ein Dreck. Nein, jetzt hab ich die Konsole geöffnet. Super. Tu das wieder weg. Okay, Blödsinn. Blödsinn, weil... Ja, weil, ähm, mein Aufnahmeprogramm nicht gleich startet, sondern eine Zeit lang brach. Einen Kill hab ich schon gekrießen, einen Tod hab ich jetzt auch, weil ich ja, ja, auf der See gesehen, wahrscheinlich, oder? Vom Rand-Fenstermodus auf Vollbild wechseln hab müssen. Weil ich kein Aiming hab, dann rennt er jetzt einfach weiter. Aber jetzt ist er tot. Weil ich unterwegs ein bisschen Aiming entwickelt hab, ne. Also, ich lauf da jetzt durch, weil ich lauf da durch. Was braucht man denn? A, braucht man. A, A, wir kriegen nur A, wir kriegen A, wir holen uns A. Warte, was ist auf, die wollen von da hinten kommen. Ich hab so ein komisches Gefühl. Wollte das nicht? Ich dachte, eventuell... Da ist noch einer. Der hier. Der chillt hier sein Leben. Fuck you. Wo war der? Aber was wurde ich grad befördert? Kann das sein? Nein, hätte ich ja gesehen, oder? O-Pretz! O-Pretz! Pass auf, er springt gleich, er springt gleich runter. Gleich kommt einer runter. Aber ich bin bereit mit der O-Pretzi. Ich steh auf die O-Pretzi. Wo sagst du? Präzis geil, oder? Wo ich... Warte, wie komm ich nicht hier wieder hoch? So, schönes Ding. Einmal gut gemacht. He-he. Ich liebe diese Knarre, echt. Ich sag's euch, die ist Bomben-Bombe. Bomben-Bombe, Alter. Oh, Schmarrn. Ja, ja, ja. Ach, komm schon. Ja, oh, ja. Geh mal zu ihm. Komm mal rüber. Hier geht's nicht rüber. Blödsinn. Oh, Präzis. Moment, Moment. Was hab ich gehört? Scheiße. Weiß ich nicht, warum das jetzt daneben ging. Au! Da stutt weh. Da stutt mir im Herzen weh. Ja, wieder schlecht. Sehr schlecht. Rennt er da die ganze Zeit blödselnd am Rand herum? Nein. Du bist verletzt. Ich seh mir das an. Okay. Oh, Präzzi. Doch nicht. Scheiße. Ah, wir brauchen wieder A, Junge. Nein, Blödsinn. Ab und zu kommt es so vor, als könnte man nicht durch Büsche schießen. Aber es kann auch ein YouTube sein. Ich weiß es nicht. Vielleicht bilde ich mir das mal ein. Wäre blöd nämlich, wenn es so wäre. Unlogisch. Auch das Spiel ist ja grandios. Das hat keine Fehler. Das ist perfekt. Boah, braucht gleich ganze Magazin für den Boy, ha? Das war unbesiegbar. Die Waffe verzieht schön, ha? Blödsinn. Ja, ich bin heute wieder sehr latent. Ähm. Habe ich kein... Oh, da. Gucken wir mal kurz nach, ob da irgendwo etwas gibt, wo mehr Leute sind, damit ich besser spawnen kann. Ich mag nicht unbedingt random spawnen, wisst ihr? Ja, ich werfe die Granate nicht. Ich tue nur so als Hopper, damit er sich ein bisschen anscheißt, weißt du? Ja, ist gut, ist gut. Wo ist er? Scheiße, Blödsinn, Blödsinn, Blödsinn. Er kriegt mich niemals. Ich kriege aber auch nicht. Das war lächerlich. Lächerlich jetzt da. Wurscht. Egal. So, da. Heilst du mich nicht? Oh. Wisch da mal an, Baby. Scheiße. Blödsinn. Wurscht. Ich will einlösen. Kann ich das einlösen? Keine Ahnung, aber ich kann irgendwas einlösen. So, jetzt wird es wieder schlecht. Fuck, jetzt bin ich wieder schlecht. Mach wieder zu viel Blödsinn hier. Ich grund threats. Ja. Ja. Gott. Oh. Gott. alles cool ich hole uns natürlich geht das nicht warum sollte das auch funktionieren ob der noch da unten chillt ich komme nicht rüber schlecht ich werde das so schlecht macht ihr wieder kein spaß warum 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 achtung achtung was ich höre ich dich ich bin hier ich bin hier pro fuck nee ernsthaft jetzt lächerlich wo ist medic danke man danke man da ist noch wer hat lass mich keine wunden versorgen über uns über uns über uns es ist so finster hier doch nicht über uns ich weiß echt nicht was los ist jetzt da anfang ging es ein bisschen jetzt da geht es bergab aber vielleicht kriege ich sind mit der henriette mal schauen ob die henriette zieht ich mag auch die henriette jetzt nicht zocken hier oben ich bin tot ich bin tot ich bin tot ich bin tot so einfach mal da auf gut glück ich weiß ja auch nicht Gott ja ist gut ist gut ist gut ist gut ist gut da habe ich ein glück alter weil ich so scheiße grad spiel keine im haben weil die freude wieder futsch ist das ist das problem aber die freude ist wieder futsch hinter mir doch hinter mir ich reiß jetzt gar nichts mehr ist vorbei wieso tust du mir das an du mal halt irgendwo random sparen wenn es nicht möglich aber was ist das für die scheiß klare was ist er weggrand er weiß wo ich bin ob ich nochmal zurückkomme und es überlebe oh fuck die können auch da durchschießen nein ich muss nachladen gebiete ernsthaft gibts doch nicht da das gibt es doch nicht okay ist cool ist cool ist cool lad nach wow 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 geruckel ohne ende kommt da wer über uns oh brez baby oh brezzi 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 kumpadro madro what the fuck ich geh wieder zurück kein bock auf den scheiß schmoren die sind in führung brezzi die gewinnen das ding diese schweine schnie schna schnacki Ich bin die Biber Oh, fuck Ich bin echt das Schlechteste, glaube ich, oder? Nein, okay Gibt es vielleicht ein bisschen Schlechtere Doch, ich weiß Ich hab den immer gesehen Und meine Latenz Ich bin wieder zu latent Es ist eh rum Wir haben eh verloren Also nochmal spawnen Ist jetzt nur, damit ich noch ein paar Mal sterbe Oder vielleicht kriege ich noch ein Kill Mit der Oprezzi Oder die ist live Aber nein Das Internet lässt es nicht zu Internet Fuck Ich darf nicht hochladen währenddessen Gut, Leute Bis zum nächsten Mal Macht's alles gut Tschüssi